Schöner Herr Kolde, nicht? Lieben Sanatorium! Die Gruppe Lindenberg ahlt sich in der Sonne! Ihr werdet wohl nur noch gepennt, platzig, was? Los anbraten! Kurz anbraten! Urlaub, Baumeister! Viel zu lahmarschig, Lindenberg! Viel zu lahmarschig! Ich übernehme das Kommando! Hier hin! Ach, viel zu krumm! Viel zu krumm dieser Wirrbaum! Dieser Gummihund! Wer weiß, wo Sie sich gestern Abend wieder herumgetrieben haben, was? Alles wegen dem Vierbein an die Wand! Hinten! 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 Ach, ihr wollt wohl nicht, was? Der Herr Vierbein, dieser Mündungsschoner, der will nicht! Hinten! 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 Na schön! Wollen wir mal ein bisschen in die freie Natur, was? Hinten! 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 Batterienmarschordnung! Angetreten! Hinten! 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 Hinten!